Hallo und jetzt willkommen zu einem weiteren Let's Player vom Kanal. Ich bin der Broken10. Und wie ihr seht, heute ist das vierte Türchen. Der 4. Dezember mit dem M56 PattonKR. Ja, der PattonKR ist ein Stufe 8 Medium, wenn ich mich nicht ganz täusche. Er ist ein besonderer Tank, er wird auch die Katze genannt. Eine besondere Lackierung, ein bisschen Katzen ähnlich oder so. Ja, Krallen und Mund, sagen wir mal so. Er ist, ja, er kommt mit einem Garagestellplatz, 5500 Gold, 15 Aufträge, 5-fache EP für Sieg, 30 persönliche Reserve, 2 Stunden lang, 100% Besatzungsep. Wir gucken einfach mal, wie viel das Paket kostet. 49,99 bedeutet 50 Euro für eine Stufe 8 Medium Panzer. Der sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus. Man kennt ihn ja, den PettenKR. Ich muss sagen, für die Leute, die noch kein Medium haben, Stufe 8 Tank Premium, und sich schon immer einen gewünscht haben, ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Angebot. Weil er ist relativ mobil, hat eine gute Gun. Panzerungstechnisch ist er jetzt nicht so gut aufgebaut, außer der Turm ist relativ hart. Ja, wie gesagt, für diejenigen, die so ein bisschen sammeln, Panzer, die aber auch einen schönen Stufe 8 Panzer haben möchten, der auch nicht immer verfügbar ist, mit dem man auch ab und zu mal im Gefecht ein bisschen angeben kann, wenn man mit dem richtig umgehen kann. Für die Leute ist das was, für die anderen Leute, ich rate euch, wartet noch. Es kam eine Liste raus, die werde ich wahrscheinlich dann morgen oder so zeigen. Oder nee, ich werde die euch nicht zeigen, die werde ich mal für mich behalten. Wo gezeigt wird, welche Panzer wann kommen. Ich weiß jetzt schon ungefähr, welcher Panzer an welchem Tag kommt, deswegen kann ich mich da schon ein bisschen drauf vorbereiten. Und ich rate euch nur, was ich da so sehe, es gibt ja definitiv noch bessere Tanks als den 56KR-Petten. Aber wie gesagt, wer unbedingt einen mittleren Panzer haben möchte, der Spaß macht, der vielseitig ist und alles, dann schlagt zu. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann vaset lieber. Schon am morgigen oder übermorgen Tag sind schon zwei sehr, sehr schöne Sachen drin. Aber gut, ich will jetzt nicht zu viel verraten und ja, habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und heute, später gibt es dann noch ein zweites Video mit dem Replay. Und genau, ja, habt noch einen schönen Tag. Schaut bei den anderen Videos vorbei und ja, tschüssi.